Hallo YouTube, da bin ich wieder. Ich habe extra gewartet auf Nachts, weil es ja alles dunkel ist. Und ich will euch mein Highlight zeigen, warum ich den gekauft habe. Das war auch der Grund, warum ich den gekauft habe. Hier hat sich nichts verändert, aber das war die Uhrzeit. Und hier ist ein ganz kleiner Schalter. Jetzt kommt es, ey. Ist das geil. Ist das geil. Geil, oder? Das ist mein Highlight. Deswegen habe ich den gekauft. Das war der Vorbesitzer, hat sich da richtig Mühe gegeben, das alles reinzubasteln. Deswegen habe ich mir den gekauft. Aber auch nur deswegen, ey. Boah, ist das geil, ey. Hammer. Ja, das Ding habe ich mir den gekauft. Hammer geil. Oder was habt ihr dazu? Ist doch geil, oder? Für nachts zum Schillen oder so? Geil.